Mutter, wurdest du eigentlich so dumm geboren oder hast du Unterricht genommen? Was meinst du? Was der Hund hier noch macht, habe ich dich gefragt. Mama, ich bin fertig mit Gassi. Hab da hinten ein Häufchen abgeseilt. Sollte dann bald jemand vom Personal wegräumen. Sonst glauben die Leute noch, ihr hättet Elefanten. Sie hat was abgeseilt in meinem Garten? Mutter, wenn du das jetzt nicht sofort wegräumst. Ja, mach mal lieber schnell. Die Nachbarn beschweren sich gleich über Geruchsbelästigung. Darf ich jetzt wieder reinkommen? Oh Gott, womit habe ich das nur verdient? Was verdrehst du die Augen, Mutter? Suchst du dein Gehirn? Ich habe mir ja schon einige Dreistigkeiten in diesem Haus erlaubt. Aber von der, da kann ich glaube ich noch einiges lernen. Hier riecht jetzt so nach Katze. Ich glaube, das kommt vor diesem Tuch. Ich will es behalten. Mama, gut, dass du hier bist. Lass uns dieses Tuch mit der Hose nehmen. Das können wir Papa übers Gesicht legen, da muss er nie wieder atmen. Nachts atmet er immer so laut. Komm schon Mama, wir helfen ihm doch nur. Lass uns dieses Tuch klauen. Ey Hund, siehst du meinen Trinkbrunnen? Da ist Koffein drin, kannst du haben. Was, Koffein? Ist das ein Energy Drink? Schmeckt nach Katzenbiss, aber egal, ich trinke alles. Hopze, das Zeug haut heftig rein. Und danach werde ich diese Katze hier drinnen trinken. Mutter, rück mal den Trinkbrunnen etwas näher an die Steckdose. Ach, das ist der Extra-Kick. Ich habe mich schon gefragt, warum es mir hier so gut geht. Hey, du hässliche Frau, gib mir mehr davon. Die Katze ist unten los. Lass mich sie beißen, lass mich sie beißen. Mama, wie bin ich hier eigentlich gelandet? Ich wollte nur kurz draußen spazieren. Oh Mama, da kommt jemand. Guck dir das mal an, was ist das denn für ein Vogel? So einen habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ein Storch oder ein Flamingo. Lass ihn jetzt halten, los. Ich will ihn unbedingt mal zwischen die Beißer kriegen. Los, lass mich los. Oh, er ist so riesig. Das ist mein Vater und er ist extra so lang. Wieso extra? Das verstehe ich nicht. Damit er mich von dir wegbringen kann. Los Papi, bring mich in Sicherheit. Ich weiß, dass dieser Hund mir nichts tun würde. Aber er würde mir durchs Gesicht schlabbern. Und ich weiß nicht, ob der Tod wirklich schlimmer wäre. Dafür ist er so lang. Gib mir diese Beine. Ich will diese Beine. Lass sie mich abbeißen. Ich kann sie mir dann bestimmt wieder dran kleben. Los, gib mir ein Stück davon.